Also ich hab mich jetzt hier positioniert, ihr seht so. Wie heißt der andere Typ jetzt? Könnt ihr mir das mal kurz sagen? Günther oder so. Günther. 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 Ich suche gerade, aber ich finde ihn nicht. Günther. Ich glaube nicht, dass das so schlau ist, hier zu positionieren. Günther mein Name. Günther. 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 Hat mir grad seinen persönlichen Ausweis gezeigt. Ja, ich bin gerade, ich finde ihn noch nicht. Der ist aber in der Gang schon, LaCosa, Nostra, vielleicht liegst du daran. Ja, kann sein. Es kann sein, dass du, weil du in der Gang drin wirst, wir dich nicht finden können. Ich finde keine Gangkunde. Finde doch. Hä? Gang, LaCosa, Nostra. Ich schalte jetzt ne Bank drauf, ne? Ja, warte noch kurz, wir müssen noch alle in die Gruppe einladen. Fehlt doch irgendwer. Da steht LaCosa, Nostra, äh, Nostra oder keine Ahnung wie man das ausspricht. Ich bin jetzt rausgegangen, ich tu mal leid. Okay, er ist rausgegangen. Okay, er ist rausgegangen. Ich mach nochmal ganz neu hier. Und wen muss ich noch einladen? Wie muss ich noch einladen? Günther. Und wer jemand, sonst noch jemanden? Oder so das alle? Ähm, er hat gestanden. Er hat gestanden. Er hat gestanden. Aber ich hab keinen Schlüssel, also. Wie gesagt, ähm, dauert man ganz kurz. Ich muss jetzt erstmal hier vorne hinlaufen, dann... Oh, es sind so viele Spiele auf dem Server. Okay, wo soll ich mich hinpositionieren? Wie gesagt, ich würd halt einfach, äh, außerhalb ist immer so ne Sache. Ich würd halt auch mal in die Bank reingehen. Ja, klar. Ihr müsst ja auf jeden Fall mich beschützen, das steht fest. Also hier, der Schweizer bleibt die ganze Zeit bei mir. Und der Schweizer beteiligt mich mit seinem Leben. Der Schweizer. Voll sterben. Ja, gute Nacht. Gute Nacht. So. Wer ist denn der Schweizer? Du bist der Schweizer, ne? Hier. Ich bin da drehen in der Staatsbank. Du bist in der Staatsbank? Ja. Okay. Soviel zum Thema, mich beschützen, ne? Aber mich aus den Augen verlieren. Läuft bei dir. Okay. Komm auch in die Staatsbank rein. Die Staatsbank ist eine ganz cool Idee. Ich bin dein, äh, Bodyguard. Oder hast du schon einen? Ja, ich hab schon den... Aber du kannst auch... Okay. Okay, wann geht's los? Wann geht's los? Wann geht's los? Ich geh mal an. Guck da oben links. Das, äh... Ja, das ging schon los. Hat schon niemand. Ich kann auch in den Turm reingehen. Aber was können wir jetzt machen? Ne, einer vorne ist schon im Turm. Okay, soll... So, an dem Herren im Turm. Sag uns Bescheid, wenn du Polizisten siehst. Willst du da... Aber ich mach's ja. Ja, du warst Chef. Ja. Man hat viel verstanden. Ich mach hier auch noch zu. Hey! Vergesst nicht, wir müssen auf dieser Seite hier... Soll ich noch euren Channel antreten da? Oder soll ich da bleiben, hier an diesem Kanal? Gute Frage. Bist du denn auf dem... Starber... Channel... Dings? Ja, ich bin da drauf. Wo soll ich hin? Ich geh auch nicht mit raus. Ich hab nämlich... Ja. Ist okay, wir regeln das über Funk. Passt schon. Wir müssen dem ja nur zwischendurch was sagen. Äh, Jan? Ja. Du spielst auch gleich ein Ding, das hast du gesagt. Du wolltest einmal gleich weiterspielen, ne? Hast du doch gesagt. Ja, wahrscheinlich. Dann zock ich mit dir, können wir farmen gehen. Das ist gut. Vielleicht hat man auch Bock zu farmen. Also die Cops kommen jetzt erst irgendwann, glaub ich. Ähm, wie machen wir das prinzipiell? Schicken wir jemand raus zum Verhandeln mit den Cops? Äh, wir können gerne mit den RP führen. Jaja. Dann schreib den an. Schreib den Herren an. Du kannst gerne mit den RP führen. Schreiben wir das gerne mit den RP. Ja, das Problem ist halt, ich kann ja natürlich jetzt romanisch schreiben, aber warte mal kurz. Schreibe da hin, äh, wir rauben die Staatsbank von Altes aus oder sowas. Und wen soll ich dort schicken? An die ganze Polizei? An die Polizei einfach. An die Polizei global. Ich schreib's einfach, äh... Aber das macht doch keiner. Keiner ruft doch die Polizei und schreibt, hallo, wir rauben die Staatsbank aus. Das wäre doch total dämlich. Nee, aber frag's so. Wir würden das gerne mit RP erklären und das halt nicht nur Schieß 2 ausländen oder sowas. Äh, die Frage ist, was... Da müssen wir uns aber irgendwas ausdenken. Irgendwas RP denken. Weil, sonst hätten die Polizisten ja keinen Grund für. Wir machen ja gerade eine Straftat, dementsprechend können sie uns ja auch erschießen. Die meisten führen aber dann RP in der Staatsbank. Also das machen viele. Deswegen schreib einfach mal so, was mir so eingefürzt mein ich jetzt halt. Was du halt machen würdest. Ich muss jetzt kurz nachdenken. Habt ihr eine Idee, Leute? Ich denk nämlich grad nach. Ähm... 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 Ich schreibe... Wir.. Wir haben.. Ähm... Arbeitet. Arbeite... Und der Staat hat uns das Geld aus der Tasche geklaut. durch die hohen steuern und die unterdrückung ja soll ich auch noch den stream starten was man zwei sichten hat kannst du machen du kannst den stream starten ich habe nichts dagegen durch die hohen steuern und die unterdrückung wir fordern für jedes mitglied unserer gruppe eine rückzahlung der steuern im wert wie viele leute sind wir hier stück die fünf stück scheinbar 200.000 das ist zusammen eine million 200.000 ansonsten ansonsten rauben wir die bank aus wir sind offen für verhandlungen ich denke mal das ist eine gute rp idee das ist halt echt selten dass die in der bank rp für die meisten man einfach ja man muss aber auch eine story haben das bringt ja nichts wenn ich sage ich habe geschrieben wir haben unser leben lang gearbeitet und der staat hat uns das geld aus der tasche geklaut durch die hohen steuern und die unterdrückung wir fordern für jedes mitglied unserer gruppe eine rückzahlung der steuern im wert von 200.000 euro pro kopf ansonsten rauben wir die bank aus wir sind offen für fahren das ist perfekt zumindest so möchte man sich das doch wünschen wenn man polizisten guter habe es auch angefangen habe sogar facecam lol wer von euch macht die verhandlung ich würde das gerne vom weiten film ich meine ich kann auch gerne dabei sein aber macht du ruhig die verhandlung ich ja du hast es geschrieben wenn sie nicht antworten dann heißt das für uns ja dann und es ist aber vielleicht haben sie es auch nicht gelesen das wissen wir ja nicht doch das haben sie gelesen ja das sagst du noch sehe ich keinen einzigen polizisten die brauchen lange hin wir können ja schon mal anfangen es auszurauben aber es fängt schon wir sind schon wir brauchen nur acht minuten dann geht die bank hoch ach so ja ich sehe keinen nein nein ich bin auch ein ganzer niemand ja gut alles gut pass auf die sniper auf die haben glaube ich einen sniper wenn mich nicht alles täuscht ja wenn der eine von uns erschießt dann ist für uns eh klar wenn der sniper auf einen von uns schießen sollte heißt das für uns natürlich automatisch dass wir dann nicht mehr friedlich klären 7 und 8 insgesamt die sind 16 leute ja dass wir keine chance haben ist mir fast klar aber das ist relativ easy deswegen macht es auch so dass wir verhandeln und ich meine 200.000 ist noch grenzwertig das ist zusammen eine Million das ist jetzt aus der Tasche gezogen was ich eigentlich gut finde dass sie nicht antworten ja komm vielleicht ansonsten schreit er noch mal haben sie haben sie die politik reagieren oder nein ich glaube einfach dass sie beschäftigt also mir ist recht wenn wir das geld kriegen ja gut aber auch langweilig wenn sie eine gute polizei sind werden sie uns das nicht geben und versuchen es zu gehen aber ich Angst ja das ist halt das muss jetzt entscheiden was macht mehr Sinn das ist mir doch scheißegal ey ja wir müssen halt dann trotzdem wegkommen weil das bringt es uns wenn es uns 200.000 geben und wir dann hier nicht wegkommen das bringt ja auch nichts Herr bauer ich habe schon mal für den fall der fälle ein bot versteckt solltet ihr flüchten müssen werde ich euch mit einem speedboot holen ach liebe grüße die wölfe die wölfe wollen uns unterstützen ich antworte mal dem general clara hat das geschrieben die wölfe ja aus eisenschmiede ja die wollen uns unterstützen ich kenne die früher noch ich kenne den grauen wolf und sowas von früher noch grauen wolf den kann ich noch auf jeden Fall mega nett ich antworte jetzt dass wir die Unterstützung gerne annehmen das ist echt cool ja auf jeden fall ja das ist doch super super idee wie heißen die ingame äh die heißt irgendwas mit mit vergessen general clara heißt die general clara wie viele sind das denn also sie alleine oder wie wir nehmen oh wir nehmen die hilfe gerne an und melden uns wenn wir das boot brauchen können natürlich gibt natürlich wird diese treue dienst bezahlt vielen dank abseh wir nehmen die hilfe gerne an und melden uns wenn wir das boot brauchen können natürlich wird diese dieser treue dienst auch bezahlt vielen dank auch gut sagen franz milchmann schreibt sehr geehrter herr bauer wir haben äh verständnis für ihre situation wir werden natürlich ihre forderungen befolgen und wenn es ihnen recht ist ein verhandlungspartner auf die insel schicken bitte sie und ihre mitstreiter die menschen auf der bank zu verschonen und nicht vorallig zu handeln klingt wie nicht na dann ja der franz kann gutes rp der ist auch bewerbungshelfer ja der ist cool ich glaube auch dass ihm das gefallen hat was ich geschrieben habe ja das kann ich nicht nur für ja weil ich also ich habe erlebt als ich cop war dass ich sowas glaube ich in meiner gesamten copzeit innerhalb von drei jahren hatte ich das vielleicht zweimal dass jemand sowas gemacht hat ja weil viele machen sagen einfach immer wir wollen verhandeln wir wollen rp machen dann gehst du dahin und redest mit denen und sagen die gib uns 5 millionen oder er ist tot und ich mir so wow geiles rp das war ein gutes rp denke ich mir auch so wie läuft bei dir okay also ich bin direkt am eingang also ich sehe hier nichts also auch keine person die hier irgendwo herkommen sollte ja nicht äh ihr könnt euch aber erstmal 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 einen momentar vollpacken und dann nehmen wir noch die eine million sie bitte dafür dass der herr polizist unbewaffnet kommt und wir nehmen aber erstmal gleich die goldwaren da raus dann machen wir aber hauptsache noch ein bisschen Geld damit also nicht also ich habe eben auch kein Lichtkontakt zu gar keinem ja ich habe auch von weitem ja von weiter entfernen habe ich noch einen Schuss gehört auf jeden Fall Herr Gunther wir schießen nicht wir kehren auch gerade mit der Fee und wir werden nicht eine Person auf der Fee haben wir schießen ja in Ordnung sollten wir jedoch bemerken dass ihre Leute das Feier er öffnen können wir nicht garantieren dass ihr Diplomat schreibe ich jetzt einfach mal lebend davon kommt Nein das Mein Arm ist abgestellt ich glaub's nicht oh das ist schade das Geld ich bin von 50 Euro ich habe geschrieben Herr Milchmann sorgen Sie bitte dafür dass der Herr Polizist unbewaffnet kommt und dass wir unser lebe nicht gefährdet wird. Ansonsten können wir für nichts garantieren. Wir schießen nicht, sollten wir jedoch bemerken, dass ihre Leute das Feuer eröffnen, können wir nicht garantieren, dass ihr Diplomat lebend davon kommt. Das Geld soll in Koffern und 50-Euro-Scheinen gebracht werden. Ja. Ja, aber wir treuen jetzt gleich aber erstmal rein, wir nehmen noch das ganze Gold aus der Bank raus, also ins Inventar. Wir können sieben Goldbarren ins Inventar packen. Und dann noch die eine Million. Ja, und ich meine eine Million ist ja jetzt nicht so viel, also nein. Ja, aber vielleicht schaffen sie es ja trotzdem auf irgendwen von uns festzunehmen. Und wenn sie einen richtig guten Einsatz planen, schaffen sie es vielleicht auch irgendwie uns zu überlisten und uns alle zu tasern, indem sie irgendwelche Polizisten hier reinschlösen. Ich sehe das erste Polizeiauto da vorne. Oh, wo? Ja, das fährt da hinten an der Straße entlang. Der hat sich gerade gezeigt. Irgendwo da hinten an der Straße. Hab ich gesehen. Äh, was war doch am besten Sporden? Wo ist das nächste? Äh, ja, ja. Pyrgass. Alles klar. Ich bin gerade hinter der Mauer irgendwo dahinten verschwunden. Das erste Polizeiauto. Wenn nicht, sag ich gleich Larry. Also hoffen, hast du dein Inventar behalten? Dein Gear? Warte. Mein Auto steht auch da hinten in der Ecke, aber ich glaube, das ist kein Kopfauto. Ja, ich habe alles noch. Okay. Ähm, entweder soll ich dich zum Bürgersporten lassen, oder? Das habe ich nicht reizt schon, also muss jetzt einfach zu fahren. Nee, das ist so, das ist kein Kopfauto, das ist irgendwas anderes. Nicht Kontakt zu einem Polizeiauto mit einer Person, unbewacht, das kann so richtig wie die so verlangt wurde. Äh, ja. Oh, sorry. Mentor. Äh, das? Okay, ich habe verstanden, wo befindet sich das Fahrzeug? Weil, ja, von meiner Seite östlichen Übergang. Gold aus der Bank nehmen. Gold aus der Bank nehmen. Na ja. Bank, 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 bank. Also von meiner Seite soll es? Okay. Von meiner Seite östlichen Ecke. Oh, sie bin jetzt ein Goldbar. Erstmal in der Talbohin. Oh, das ist ein Einzelteil und eine unbewaffnete Person. Steht momentan noch ein Wunder so da rum. Okay, ich gehe da hin, ich begebe mich dorthin, ich begebe mich dorthin. Ähm, soll ich das Gold in den Hemmend einpacken? Nein, doch nicht in den Hemmend. Wir warten erstmal. Gib mir die Rückendeckung. Okay, ich habe jetzt mein Inventar schon vollgepackt. So, ich auch. Der Schlaferszene sind noch 8.000 Meter. So, ich düster mal hin. Schützt mich bitte, ja? Äh, behaltet mich im Auge und wenn die irgendwie auf mich schießen macht, dann, dann, ne? Ja, ich werde dir dann vernichten. Hört auf! Hört auf! Boah! Da hinten schon ein Polizist rumfahren. Ja, ja, ich gehe jetzt dahin direkt. Mach dich! Fress! Äh, kannst du mal, ihr reden mehrere Leute im Gesamtchat, Patrick und Jezard. Ja. Also Patrick singt die ganze Zeit in dem Gesamtchat. Aber ich kontakt zu einem Strider, Polizeistrider. Äh, einer sagen kann jetzt rein mit einem Strider. Ja, sehe ich. Ja, f***. Gibt mir bitte Deckung. Ne, schlau. Alles geil. Anwaltige. Äh, also Patrick, Patrick und Dewut und Selbstzweifel singen und schreien in den Chat und labern irgendwas. Ja, ich kann das gerade aber nicht so. Jetzt reicht der Art gleich hier. Ja, aber der macht die ganze Zeit weiter. So, es eskaliert gleich. So. Okay, Patrick ist getrennt. Und Jan Busch hattet auch noch weiter. Und Jack, Jack, Ace, die labern die ganze Zeit weiter. Ich verstehe gerade nicht. Ja, ich auch. Ich bin hinter dem. Ja, hier sind mehrere Strider. Ich sehe es. Oh. So, ich bin jetzt im Gespräch. Hallo. Schönen guten Tag.